Hallo liebe Kindergarten-Schule Dubai! Ich bin wieder mal die Alexandra Soliman und ich hoffe euch heute wieder was vorbereitet. Für unseren unendlichen Spielspaß benötigen wir Tesafilm, eine Schere und zwei Pappteller. Die sind jetzt auch überzogen mit Plastik, die halten ein bisschen besser. Und dazu braucht natürlich rund rund die Kugel geht um. Und guckt mal wer hier auch noch Spaß daran gefunden hat. Die Luna! So nun aufgepasst, es geht los. Wir schneiden mit der Schere das Rundell in der Mitte aus. Der erste Teller. Und dann der zweite Teller wird auch das gleiche nochmal wiederholt. Schneiden, schneiden, rundherum. Die Zweirunde brauchen wir nicht mehr weg mit denen. Jetzt kommt es zum Kleben. Ich habe mich für Tesafilm entschieden, weil das auch ganz schnell geht. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Heißkleber habt, Heißkleber benutzen. Dann muss einfach Mama helfen und oder Papa oder wer Zeit hat, auch mit dem Zusammenkleben, vielleicht kurz die Mama oder Papa fragen. Genau, weil das wird schon ganz ganz toll zu einer Acht zusammengeklebt. Bei der Acht ist das nämlich so, dass das nie, nie aufhört. Es geht immer rund und rund ohne Stopp. Genau, die Acht. Und ich habe schon eins vorbereitet. Ha, so schnell bin ich. Und guckt mal, was man da machen kann. Es ist die Kugelbahn und die geht da richtig ab. Mit ein wenig Geschicklichkeit habt ihr nämlich eine Menge Spaß. Super. So, nun wünsche ich euch noch viel Spaß mit euer selbst gebastelten Acht, der Achterbahn. Die Kugel geht rund. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.